Hallo! Es ist Zeit für die Auslosung meiner Verlosung. Und zwar habe ich ja vor einigen Tagen eine Verlosung angekündigt und habe mich jetzt mal vorbereitet. Und zwar in ein lustiges, ja, in so ein Stapelspiel von Hannah, habe ich Zettelchen reingeschmissen. Und zwar mit allen Teilnehmern. Und ich habe mein Handy hier und werde dann mal schauen. Also ich werde jetzt jemanden ziehen, live sozusagen. Heute ist Samstag, der 25.03. Wir haben ziemlich genau 12 Uhr. Und ich werde jetzt jemanden ziehen und dann werden wir mal gucken, wer was gewonnen hat. Also, weggucken. So. Da haben wir als allererstes die liebe Michaela Rohrmann. Und ich gucke jetzt gerade mal parallel, was denn die Michaela gewinnen wollte. Die liebe Michaela würde gerne die Geschmacksrichtung Chocolate von den Lipscrubs gewinnen. Ja, und da würde ich schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch, liebe Michaela. Ich zeige es auch nochmal in die Kamera. Nicht, dass ihr denkt, ich mache irgendwie eine Flachsaktion oder so. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber da haben wir die liebe Schneggerla. Sehr lustiger Name so, by the way. Sie schreibt, dass sie sich gerne überraschen lassen möchte. Das ist natürlich super. Das heißt, dann wäre quasi die Richtung Bubblegum für dich. Und ich schreibe euch nochmal unter eure Kommentare, dass ihr gewonnen habt. Und dann könnt ihr mir per PN oder so eure Adresse zukommen lassen. Und dann kann ich die Sachen gerne an euch verschicken. Und freue mich sehr, dass ihr alle mitgemacht habt. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und ihr glaubt es kaum, aber es sind schon wieder in der letzten Zeit 30 Abonnenten dazugekommen, seitdem ich die Verlosung angekündigt habe. Also vor einigen Tagen. Das ist wirklich unglaublich, was ihr da gerade macht. Und ja, ich denke mal, dass es die nächste Verlosung, die auch wirklich mega cool ist, bei den 500 Abonnenten geben wird. Und bin schon ganz gespannt, wann das dann der Fall ist. Also, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch. Ich hoffe, euch gefällt das, wenn man ab und zu mal eine Verlosung macht. Und ihr freut euch auch darüber. Und dann würde ich mal sagen, ich mache mich jetzt ganz schnell auf zu meinem Tischtennis-Spiel, weil ich muss schon gleich losfahren. Und versuche das aber natürlich noch hochzuladen, gerade hier am PC, damit ihr das Ganze noch seht. Und ja, würde sagen, wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Guten Tag oder Abend und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!